Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin heute unterwegs in der Altstadt von Görlitz. Ich nehme euch mit auf eine Runde vom Obermarkt zum Untermarkt, herüber zur St. Peter und Paulkirche. Von da aus laufe ich runter zur Altstadtbrücke und wieder zurück zum Obermarkt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020